Ein weiterer Baum ist dazugekommen, den könnt ihr von hier glaube ich am besten sehen, wenn man so von vorne drauf guckt. Hallo Leute und herzlich willkommen zur nun 14. Update-Folge hier von Endor. Ich denke, man kann deutlich den Fortschritt erkennen. Es ist sehr grün geworden hier. Überall habe ich solche Pflanzen mit eingefügt. Ein paar kleine Wurzeln habe ich gebaut. Den Baum kanntet ihr zumindest. Diesen hier noch nicht. Den habe ich jetzt auch vor kurzem erst eingefügt. Das Ding hier ist fehlerhaft darunter gefallen. Das ist aber eigentlich eine ganz gute Überleitung zu diesem kleinen braunen Stud hier. Der war letztes Mal glaube ich auch schon da, wenn der nicht mit abgegangen ist. Ich habe vergessen euch diesen Baum hier zu zeigen. Der war nämlich auch schon damals gebaut. In der 13. Folge. Der sitzt nämlich hier und ragt so ein bisschen schräg über das Wasser. Sieht verdammt cool aus. Nächste Überleitung ist, wir gucken uns das gleich mal von der Seite an, wie er eigentlich aussieht. Der Wasserfall ist ab, damit ich hier von rechts reingreifen kann und hier vorne am Berg bauen kann. Denn da bin ich momentan zu Gange. Ziehe den immer weiter hier rüber. Wir sprechen gleich ein bisschen über die Bautechniken und wie ich diese Wurzeln hier gemacht habe. Die sind wirklich sehr interessant, machen richtig Spaß und bringen da nochmal mehr Leben in dieses wild verwucherte, waldähnliche Gestrüppzeugskram. Das wäre jetzt die Perspektive, die wir annehmen könnten, wenn wir hier so auf den Wasserfall schauen. Da seht ihr mein Regal mit dem Gunship hinten. Den kann man natürlich noch ein bisschen drehen. Und dieses Grünzeug hier hat einfach so davor gesessen, damit man jetzt nicht unbedingt direkt auf dieses komische, Der ist nämlich sehr komisch hier befestigt, da dieser Stamm hier mit so einem Technikteil hier hinten ausgestattet ist, mit einem Pin. Und den habe ich einfach so reingesteckt in diese Plate Modified, ne Bar ist das glaube ich, so werden die bezeichnet. Und das werde ich einfach mit so einem grünen Gestrüpp überdecken. Ich habe sehr viele von diesen Blättern hier bestellt, also diese drei Blätter hier, das ist ja ein Lego Teil. Um hier noch mehr Büsche zu bauen, hier vorne wird noch alles grün werden. Das nehme ich jetzt mal weg, das stört nämlich zum Beispiel. Hier vorne wird alles grün werden und natürlich hier rüber hinter den Wasserfall auch alles grün. Der Wasserfall liegt gerade hier, den habe ich in einem Stück. Der ist relativ stabil zusammengebaut. So sieht er von hinten aus, kennt ihr ja bereits. Den habe ich einfach mal abgenommen und hier hingelegt. Und ja, kommen wir mal zu den Bautechniken. Hier kann man schon von der Seite zum Beispiel reinsehen, da ist alles überwiegend mit diesen Teilen hier gebaut. Mit diesen Brick Modifieds, mit diesen zwei Stuts, ab und an sind dann welche mit einem Stut da drin, je nachdem wie die Höhe hier funktioniert. Und diese Wurzeln, die sind praktisch einfach nur hier reingesteckt, überall wo ich dann Löcher hinterlassen konnte und werden dann einfach gedreht. Ich zeige euch mal kurz, um welches Teil es sich dort handelt. Dabei handelt es sich um nichts anderes als diese kleinen Peitschen hier. Da nehme ich mir jetzt zum Beispiel eine raus, wenn das mal so einfach wäre. Die wird vorne irgendwo reingesteckt, in ein Loch wie gesagt. Hier habe ich es durch die Blätter gesteckt und in einen Brick Modified mit einem Stut. Das wäre beispielsweise dieser hier. Dann steckt ihr die Wurzel hier rein, so. Und dann wird die einfach nur verdreht und schon habt ihr eine kleine Wurzel. Das könnt ihr dann ein bisschen mehr drehen. Dann sind die manchmal hier so ein bisschen vergewaltigt worden, damit sie direkt an der Felswand nach unten gehen. Wenn ihr das lang genug und fest genug drückt, dann hält das auch. Und das sieht wirklich sehr cool aus und lockert das Ganze nochmal ein bisschen mit Braun auf. Hat mir sehr gut gefallen mit dem Dunkelbraunen hier von den Stämmen. Harmoniert das ganze Bild dann schon sehr, sehr gut. Dann würde ich gerne vielleicht über ein, zwei Bergtechniken hier drin sprechen, die wirklich sehr interessant sind. Also was ich herausgefunden habe, ist direkt hier vorne unter dieser Wurzel, unter dieser Braunen hier, seht ihr, da ist die Pflanze natürlich etwas jetzt im Weg. Ich kann sie versuchen, mal ein bisschen wegzudrehen. So, da seht ihr diesen komischen Stein. Den habe ich hier öfter mal in den Felswänden verwendet. Die wurden aber jetzt von den Grünen sehr oft überdeckt, außer an dieser Stelle. Das sind diese Goldbarren, denn wenn ihr hier von vorne drauf schaut, seht ihr, die sind hier links und rechts so ein bisschen angeschrägt. Und dadurch kriegt ihr so ein bisschen Textur in den Berg. Diese könnt ihr natürlich auch mit Flat-Tiles erhalten oder mit Jumperplates. Jumperplates sind diese hier. Die meisten von euch werden es bereits wissen, aber wenn ihr die jetzt zum Beispiel übereinander steckt, hat die Jumperplate, so wie dieses Flat-Tile, ja, so eine kleine Einkerbung. Und dann entsteht solch ein Schlitz hier. Und diesen könnt ihr natürlich auch für Textur nutzen. Der wurde jetzt zum Beispiel hier unter diesem Blatt genutzt. Wenn ich das mal zur Seite drehe, könnt ihr da drinnen schon Texturen erkennen. Ich kann das mal von näher zeigen. Das Ganze sieht dann so aus. Hier seht ihr, da habe ich zum Beispiel diese Goldbarren verwendet, verschiedene Jumperplates und Flat-Tiles. Und das sieht einfach wirklich super aus. Andere Felsentechniken kann ich euch zum Beispiel zeigen, indem ich, da muss ich kurz überlegen, diese Pflanze entferne und dieses Teil hier abnehme. Das ist einfach solch ein Slope. Den werden viele von euch kennen mit einem G-Slope obendrauf. Es ist aber sehr interessant an dieser Stelle geworden. Dazu muss ich den Rest noch entfernen. Dieser Slope zum Beispiel, da sage ich, der Berg besteht überwiegend aus solchen Teilen. An diesen Slope hier, an diesen langen, habe ich jetzt eine Plate hinzugefügt. Und dann das Ganze hier, das hat wirklich lange gedauert, bis ich mal auf die Idee kam, einfach so gebaut, dass ich diesen Brick hier so angebracht habe. Und dann mit dem mittlersten Punkt, nicht links mit dem Noppen, nicht rechts mit dem Noppen, mit dem mittleren Noppen, habe ich das Ganze hier so fixiert. Und dann seht ihr, wie perfekt das übereinander passt. Das Schwierige war halt eben, immer oben diese Spitze von diesem Berg hinzubekommen, dass die Teile wirklich sich am Ende so aneinander fügen und nicht so eine Lücke bilden. Dass ihr da eine halbe Plate oder sogar eine ganze Plate oder noch weiter auseinander seid. Und das hat teilweise gut funktioniert. Ihr seht ja fast eigentlich keine Spitze hier gleich der anderen. Es gibt ein paar Ähnlichkeiten, aber wirklich gleich ist da gar nichts. Und das war halt die Schwierigkeit. Und da jetzt jede einzelne Spitze durchzusprechen, wäre wirklich utopisch lang. Und ich weiß nicht, ob man das Ganze in ein normales Video verpacken könnte. Aber so habt ihr mal einen kleinen Durchblick. Und ja, wie diese Pflanzen hier befestigt sind, seht ihr ja hier auch schon. Da habe ich auch wieder diesen Brick Modified benutzt. Also mir sind die Steine da wirklich ausgegangen. Ich hatte keine mehr. Ich musste nachbestellen. 150 Stück von diesen Kollegen hier nachbestellt. Und die haben noch nicht mal alle hier reingepasst. Ich habe sie noch separat in einer Tüte woanders bei meinen anderen Steinen verstaut. In einem Pappkarton. Und so kann es dann schön im Berg weitergehen. Jetzt habe ich diese Seite wieder angepflegt. Alles sitzt wieder so, wie es vorher war. Und dann sprechen wir mal über die andere Seite des Berges. Die ist ja natürlich auch fertig, weil ich das Ganze ja hier wie gesagt zur Spitze hocharbeiten musste. Die sieht anders aus. Da habe ich weniger solche schrägen Techniken verwendet. Wie hier zum Beispiel, dass da unten einer so waagerecht sitzt, wie dort oder hier. Ne, da habe ich es schon gezeigt. Oder da. Weil das Ganze da echt eng war. Ihr wisst ja, hier hinten geht es zur Höhle rein. Und diese Schlucht ist wirklich schwer einsehbar, weil von oben ja noch die Landeplattform zu sehen ist. Da ist es wirklich schwer. Also hier passt, wenn ich gerade runtergreifen würde, fällt meine Hand genau auf die Bergspitze hier drauf. Das funktioniert nicht. Also das ist sehr schwer da hinzusehen. Ich muss mich immer wieder drehen, das Mock drehen. Es war echt nicht einfach, das Ganze hinzubekommen. Trotzdem habe ich es geschafft und ich finde, es sieht wirklich sehr gut aus. Ich muss aber langsam aufhören, mit dieser Technik immer weiterzufahren. Sonst wird der Berg sehr monoton auf der anderen Seite. Ein paar Pflanzen habe ich an Stellen eingebracht, die wirklich sehr schwer zu lösen waren. Und damit hat man halt immer noch ein bisschen mehr Spielraum. So, hier habt ihr eine Nahaufnahme von den ganzen Pflanzen. Da können wir einmal nochmal drüber gucken. Hier vorne wird es dann heute weitergehen. Da werde ich direkt weiterbauen nach diesem Take hier. Und so sieht die Spitze dann von oben aus, wenn man hier so direkt drüber filmt. Und ich finde es sehr interessant, wie der Berg hier so einen kleinen Schwenker macht. Hier könnt ihr schon langsam erkennen, wie der Berg da hinten weitergeht. Und da geht schon der Fokus weg, weil das ist genau das, was ich meinte. Wenn ihr jetzt hier gerade drauf guckt, seht ihr hier, wie wenig Platz man von oben zum Reingreifen hat. Deswegen habe ich den Wasserfall entfernt, um da besser dran zu kommen. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Und so sieht das Ganze von dieser Seite hier aus. Vor allem die Farbgebung finde ich hier viel, viel besser als vorher. Wir haben hier einen größeren Abschnitt in hellgrau, in dunkelgrau, wieder hellgrau. Und das Ganze, ich versuche es mal hier reinzufilmen, es ist aber wirklich sehr, sehr eng hier drin. Ihr seht das Ganze immer so abgestuft hier, damit das ja so ein bisschen unordentlicher aussieht und wirklich nach Felsen. Ich habe nämlich aufgehört, wie auf der linken Seite hier immer so gestreift zu arbeiten. Ihr seht hier, zwei hellgrau, zwei dunkelgrau, einer hellgrau, drei dunkelgrau. Das sieht einfach irgendwie komisch aus. Und ab hier wird es dann schon viel, viel schicker. Man sieht, ich lerne dazu, ich werde besser. Also dieser Bergteil gefällt mir hier sehr, sehr gut, auch wenn er etwas monoton ist. Das Ganze macht irgendwie ja den Reiz auch aus an diesem Berg. Von weiter weg gesehen finde ich ihn wirklich klasse. Und ja, so eine richtige Nahaufnahme seht ihr schon, kriegen wir nicht hin. Wir sind hier mit meinem Handy schon komplett an der Rückwand von diesem Felsen. Hier oben seht ihr nochmal die Spitze. Ich kann das Ganze hier mal so runterziehen. Dann seht ihr, wie viele Variationen da drin sind. Und hier hinten ist ja noch dieser alte Berg. Der ist so, naja, es wird besser. Ich gehe jetzt weiter bauen, werde ganz viel Spaß dabei haben und wir sehen uns dann einfach später wieder. Ein paar Tage später hat sich hier einiges wieder mal verändert. Ein weiterer Baum ist dazugekommen. Den könnt ihr von hier, glaube ich, am besten sehen, wenn man so von vorne drauf guckt. Und diese Ansicht gefällt mir bisher so mittlerweile am besten. Der Berg hier unten ist auch weitergegangen, direkt hinter dem Wasserfall. Da, wo diese kleine Wurzel rausguckt, da ist so eine Lücke entstanden, die konnte ich kaum zubekommen. Deshalb habe ich da einfach eine Wurzel rausgehen lassen. Das hat sich gut angeboten. Hier hinterm Wasserfall habe ich auch angefangen, den Berg schon weiterzuziehen. Da werde ich mir wahrscheinlich nicht mehr die größte Mühe geben auf diesen drei Noppen hier, wo dieser Armbus gerade drauf zeigt. Denn das wird man sowieso nicht mehr sehen, wenn hier der Berg einmal so rumfährt. Das entscheide ich dann aber auch spontan während dem Bauen, so wie immer. Hier vorne mit diesen Platten werde ich wahrscheinlich einen Noppen weiter zurückrücken, damit ich hier mehr Platz habe für noch mehr Grün hinzupflanzen, noch mehr kleine Büsche hinzubringen und diesen Baum vielleicht noch einen Noppen weiter nach hinten zu ziehen. Ihr seht nämlich, die krachen hier schon fast ineinander. Der rechte Baum ist mir etwas zu weit an der Felswand dran. Das würde ich gerne ändern. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die andere Seite an und sprechen dann noch über die Bautechniken, die ich hier so hin und wieder mal angewendet habe, die ich so ganz interessant finde. Und so sieht das Ganze von dieser Seite aus. Ihr kennt die Geschichte eigentlich schon, da ist nicht mehr viel passiert. Ein paar Reihen, die ich hier weiter nach hinten gebaut habe. Das sieht mittlerweile so aus. Hier hat man noch einen roten Stein letztens gesehen, ist mir im Video aufgefallen. Der ist aber weg, da diese Reihe noch nach unten gerückt ist. Und das gefällt mir von hier sehr, sehr gut. Was soll ich da großartig noch dazu erzählen? Ich komme ja nicht mal wirklich mit der Kamera normal da rein, um dort rein zu filmen. Ein paar farbliche Anpassungen habe ich noch gemacht. Hier oben zum Beispiel diesen Slope habe ich in Dunkelkrau gemacht. Das sind so Dinge, aber da lohnt es sich nicht gerade wirklich groß drüber zu sprechen. Das klaut uns einfach zu viel Zeit. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die ein oder andere Bautechnik hier an. Nun würde ich euch gerne zeigen, wie ich diesen Baum hier hinten gebaut habe. Den zweiten, den ich jetzt zuletzt angebracht habe. Der ist eigentlich relativ simpel, aber auch ganz cool gelöst. Mit diesem Teil hier. Das ist ja so eine Art Schwanzteil oder ich glaube auch eine Klaue oder so, als was es verwendet wird. Auf jeden Fall braucht ihr das dann natürlich in Braun. Dann nehmt ihr dann solch einen Round-Stat, den schiebt ihr von hier hinten drauf. Das passt ziemlich gut. So sieht das Ganze dann aus. Dann nehmt ihr euch das Teil hier, diese Plate Modified oder was auch immer das ist. Steckt die hier hinten drauf. Dann braucht ihr nur noch dieses kleine Ding. Teil Modified ist das hier. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon hier hin und her knicken. Und so habe ich den Baum dann da hinten eingebaut. Das Ganze könnt ihr dann so befestigen zum Beispiel irgendwo. Dann müsst ihr nur gucken, wie ihr die Slopes hier oben und unten drüber macht. Das war relativ schwierig zu lösen, da dieser Berg wirklich sehr dünn ist. Und ich ja mindestens noch einen Noppen hier hinter frei lassen muss, weil der ja nach hinten ausschlägt. Dann habe ich drei von diesen Blättern hier genommen. Und diese einfach hier so ringsherum drum gesteckt. So einmal. Ich glaube so. Ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Da könnt ihr selber mal raus tüfteln, wenn ihr das nachbauen wollt. Wie ihr das am liebsten haben möchtet. Aber so in der Art wird es gewesen sein. Ungefähr so, damit schön drumherum überall Blätter sind. Das hier ist nur ein bisschen verbogen. Dann habe ich diese Dinger hier drauf gesteckt. Das sind ja einfach diese Pflanzenteile auf denen mit diesen sechs kleinen Stäbchen hier dran. Solche Grasteile. Die sind dann irgendwie hier oben angebracht worden. Und überall, wo noch ein bisschen Platz war, habe ich einfach diese Blätter hier genommen. Und damit drauf gesteckt, damit es halt gut aussieht. Und ihr so einen Baum erhaltet. Der gefällt mir wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Besonders dieser Baumstamm, dieses Teil. Es passt einfach sehr, sehr gut mit da rein. Und lockert das Ganze natürlich noch mehr auf. Mit noch mehr Grün und Braun dazwischen. Zum Berg selber habe ich euch ja schon einige Sachen davor gezeigt. Zum Beispiel hier haben wir wieder mit einem Balljoin gearbeitet. Das Ganze sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und schließt hier super ab. Da seht ihr nochmal, wie ich diese Wurzeln damit eingebracht habe. Und hier an den Ecken zum Beispiel habe ich ja wieder mit solchen Brick Modifieds hier gearbeitet. Mit einem Stud und jeweils mit zwei Studs. Und habe diese coole Ecke kreiert, die man leider, leider von der anderen Seite kaum mehr sehen wird. Und das ist natürlich schade. Da kriege ich manchmal mehr einen Fokus hin wegen den ganzen Bäumen. Das war es an dieser Stelle auch schon mit dem Video. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Mir hat es riesengroßen Spaß gemacht. Besonders das Ganze mit dem Grün hier. Gefiel mir sehr, sehr gut. Das Rumexperimentieren auch mit den Wurzeln. Dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Seid wie immer freundlich zu euren Mitmenschen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.